90. Pudelmütten Tom Gerhardt legt sich mit Berlin an. Aber Tommy zieht den Kürzeren. Er fasst jedoch einen teuflischen Plan. Ein Match made by Auspuff. Da guckst du blöd, Benny. Das ist dein Auspuff. Gewinn! Der Komiker investiert Schweiz und harte Arbeit, um es Berlin nun endgültig heimzuzahlen. Doch damit nicht genug. Wie aus dem Nichts zaubert der Mann mit dem Auspuff einen Trainer aus der Pudelmütze. Er engagiert den mehrfachen Weltmeister Steve Wright, Berlins Vater. So, ich mach ihn auch auf meine Kamera, weil ich will gucken, wie er vorher ausgesehen hat. Bevor ich ihn voll fertig gemacht hab. Da ist er. Da guckst du nicht blöd, dass der Wäsche, aber nicht mehr lange. Äh, äh, hallo. Äh, Lockenkopf. Äh, pass auf. Ich wollte nur sagen, ich mach dich gleich fertig. Äh, noch siehst du ziemlich gesund aus. Äh, bleib mal stehen. Ein Moment, ein Moment. Äh, ich muss nur die Kamera abgeben. Äh, nimm du das mal, äh, weil, äh, ich hab jetzt kein Zeit, ne? Alles klar. Der Plan? Einfach, aber genial. Kann ich den Vater schlagen, der seinem Sohn von Kindesbeinen an alle Tricks zeigte, dann kann ich auch Berlin besiegen. Doch auch der Vater war mit Tommys ungewöhnlicher Einsatzfreude bald mehr als bedient. Kann man nicht meine Hälfte oder was? Ist doch voll normal. Ist doch voll normal. Hey, das ist super. Voll normal. Voll total normal. Live von der WCW Millennium Tour 2000. Live aus der Arena in Oberhausen. Jetzt ist es endlich soweit. Tom Gerhard gegen Berlin. Das Warten hat ein Ende. Wenn du deinen Vater wiederhaben willst, dann musst du gegen mich kämpfen. Aber wie würdest du das machen? Du hast keine Chance gegen mich. Ich zieh dir die Pudeln mit zu über die Ohren. Und ich mache dich vor. Fortschritt, hier, das ist dein Vater. Schrei um Hilfe. Schrei, Berlin, hilf mir. Hilfe! Es gilt nicht, es gilt nicht. Diese ganze Familie ist voll link. Total link. Aber du kratzt jetzt wieder und deinen Ausbruch kratzt du nicht. Niemals. Ist doch voll normal. Ist doch voll normal.